Was ist ein Split-Contract und wie funktioniert er? Ein Split-Contract ist eine Art Vertrag mit der Blockchain. Durch den Abschluss eines Split-Contracts bekommen Sie die technische Möglichkeit, Split-Tokens zu drucken. Wenn Sie einen Split-Contract abschließen, senden Sie die Tokens an einen Pool, wo diese für einen längeren Zeitraum eingefroren werden. Dafür druckt die Blockchain-Splits für Sie.